Habe sogar ein paar Items von Zuschauern abgeschnackt. Sorry dafür, sorry dafür, danke dafür. Alright, 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 Leute, willkommen zum Online-Jackpot in Case-Clicker. Wir machen jetzt mal ein bisschen Online-Jackpot in dieser Live-Runde. Und zwar sind ein paar Zuschauer live dabei, die auf YouTube gucken. Ihr seid nicht live dabei. Hier seht ihr die Archivaufnahme, beziehungsweise die Highlight-Aufnahme. Wir wollen mal wieder ein bisschen Online-Jackpot spielen. Habe ich, glaube ich, schon Ewigkeiten nicht gemacht. Echt Ewigkeiten. Und ich frage mich, warum ich bis heute kein Skin, äh, kein Account, Icon habe. Ich meine, der spielt das Spiel nicht mal. Hier, der hier. Der hier. Der spielt das Spiel nicht mal. Und, ähm, ich habe immer noch kein Icon. Warum? Neeee. Wir nehmen die Swabets. So, wir haben Extreme. Wir machen Extreme. Wir machen Safety. Ich wurde ja schon deleted, als von Presto gelöscht wurde. Ich grüße mich. Hallo Welt. So, die Frage ist aber nur, mit was gehen wir rein? 6500 ist das Limit. Von daher, wir können hier ein bisschen, glaube ich, rein spammen. Können wir? Ja, können wir. Ich habe ja genug Items. Ich habe ja genug Items. Deswegen salen wir die mal ab. Ich habe ja mehr als genug. Zack. So, Maximum, 30% Nice Hallo Welt, geh jetzt essen, bye bye Ciao Nebel, Minecraft Mein Relay-Namen steckt Sten drinne Uh, in meinem auch Hallo YouTube, abonniert alle Sten, sonst komm ich zu euch Sagt Lena Dummkopf So, 15% Show win, show win Easy Easy chance Easy chance Ich hab meinen Namen kurz gesehen, da war noch mal mein Name Und das ist Old Floyd mit 16% Ja, super Im Prinzip ist Online-Jackpot nur eine absolute Money-Verschwendung inzwischen für mich Weil ich verliere, dauert mehr als ich gewinne Ich gewinne nie bei Online-Jackpots Ja, ich eigentlich auch ziemlich selten Mal gucken Eine Zeit lang hießen hier voll viele Stan irgendwas Ihr könnt ja mal Online-Jackpot spielen Wer das Case-Klicker hat, spielt mal gleich mal Online-Jackpot mit Und pack mal irgendwie Stan in euren Namen Pack mal irgendwie Stan in euren Namen Und dann gucken wir mal, ob wir hier in eine Runde reinkommen Ich heiße aktuell HeyStan3 Das hat auch aus dem Net-Hub-Namen übernommen Und ich bin's wieder nicht So, wir checken mal, mal gucken Vielleicht hab ich ja gewonnen Es rollt, es rollt, es rollt Und es rollt aus Stan Boja, Motherfuckers Online-Jackpot gewonnen 17% Und ich krieg ein Gamma-Doppler Nice Ein neues Gamma-Doppler für Schrott-Items Das gefällt mir Wieso kündigst du deine Streams nicht auf YouTube an? Hab ich doch Hab ich doch Es kam ein Video raus, wo ihr sagt Ich bin heute auf YouTube online Letzten Stream, hab ich gesagt Sonntag gibt's einen Livestream Honey Badger, ich hab schon auf Steam Hab ich schon so eine Community Dort könnt ihr auch untereinander traden Müsst mal nach Staniana suchen Dort gibt's eine Gruppe Den könnt ihr joinen Und untereinander traden Wenn ihr Bock habt Eine off-hörste Stream Hab ich schon vorgesagt Nice Wie bekommt man schnell als Anfänger? Leider nur durch klicken Wie alt bist du? Das fragen mich viele Ah, danke Leaderboard Okay Wir rollen mal wieder Wir rollen mal wieder Eine neue Runde Online-Jackpot Neue Runde Online-Jackpot Oh Zweiter Win In der Reihenfolge Boja Bitches Gebt mir Flosse Der Luck ist real Der Luck ist real Zweimal Wenn ich schon keinen Luck habe Hier 99,8% zu haben Kriege ich wenigstens zwei Winnes hintereinander Stanschnitzel Stanschnitzel Boah, das Wort ist immer noch abgefuckt Oh, jetzt hat jemand gespendet Kann das sein? Ich hab's voll verpasst Wieder mal Ich verpasse die Spenden Der Real Sloppy Okay, wir spielen weiter Online-Jackpot Zwei Winnes Dritter Win hintereinander Sure Win, Leute Kriege ich den dritten Win? Was meint ihr? Was meint ihr? Kriege ich den? Das wäre auf jeden Fall Luck Das wäre Luck pur Das China-Turnier ist schon vorbei, ja Das China-Turnier ist vorbei Ich war Platz 100 oder so So, dritter Win Dritter Win Dritter Win, Leute Komm an Küst die Forst Küst die Forst Oder die Flüsse Gib mir die Flüsse Dritter Win Dritter Win Gib den Haysen Gib den Haysen Schade Hey, hey, hey Hey Hey, Kappa Hey, hey Hey, Kappa Hey Ich bin gerade Place-Klicker Und schau dir zu Bester Abend Nice, nice Bist du auch hier unterwegs? Ich hab mal hier reingeschrieben Spielt mal auch Extreme-Jackpot Bisher hab ich keinen einzigen mit Stain gesehen Schade Spiel mal Shells Locks Live Ist ein sehr, sehr gutes Spiel Hab's schon gesehen Hab's aktuell aber nicht so vor Hab ehrlich gesagt aktuell nicht so vor, das zu spielen Ich kann leider nicht alles zocken Ich komm schon nicht hinterher, Clash Royale, um Case-Clicker zu machen Und die andere, das sind ja meine drei Hauptprojekte Ich komm nicht dazu, das alles zu spielen Ich kann nicht alles andere noch und noch spielen Orange Spirit ist dabei Oh Oh, da bist du Da bist du Nice Schade Deswegen Da ist sogar ein Orange Apple dabei Der hat beides Orangenapfel Okay, ich spiele jetzt Online-Jackpot Nice, nice Ihr müsst auf Extreme stellen und packt irgendwie mal Stan in euren Namen Ach nee, man kann's ja nicht mehr machen Man kann ja seinen Namen nicht mehr frei wählen Wer von euch kann das Wort Stan Schnitzel in einem Stück sagen Ohne zu verhaspeln Stan Schnitzel Stan Schnitzel Stan Schnitzel Wow Oh, oh shit Ich hab's geschafft, Leute Oh, ich kann Jack drücken Stan Schnitzel Das ist an sich ein cooles Wort, aber ist schwer auszusprechen Kommt nach den Zwickurzen in den Clash Royale Chat, okay Oh, dritter Win, Leute Ist das der dritte Win, oder was? Hab ich euch gesagt? Ich hab's euch gesagt Ich hab's euch gesagt Es kommt ein dritter Win noch Boja, Mann Und wir kriegen Carol mit Lord Das heißt noch 450 Kek Nice Und eine Souvenir-AWP Die heißt 4M Was sind das für schwule Namen? Fox-Game Holy shit Ich gewinn hier echt ein paar Online-Dinger Und das ist gar nicht mal zu kurz So, mal bei Clash Royale kurz reingucken Mal, warte mal Kann ich machen Sorry, Slower Ich hab gewonnen Karen mit Lord war meins Buckle B Ich hab die Karen mit Lord von dir geklaut Die 420 Kek da Nice Nice Oder nicht so nice Sorry, dass ich sie weggenommen habe Eins von beiden So, ich hab grad kurz bei Clash Royale nachgeguckt Alright, alright Wir machen noch eine Runde, ich würd mal sagen Ich hab grad richtig Luck Ich bin grad richtig Luck Spielt ja mit Ihr joit gleich auch die in die Runde Ein Satz, das dein Gaming-Kanal beschreibt Standby klickt Schnitzelreiter Ja, ja Schnitzelreiter Ich war drin Ich geh offline Ciao, viel Spaß Ciao, Honey Badger Ciao, Honey Badger Bin ein Riesen-Fan Hallo, ich bin Yoshi So, wir rollen mal wieder Mal gucken, wer dabei ist Wir haben PUR Wir haben Swag Wir haben Swag Da ist Orange Hand Und laut Cannon gewinnen Warum ist das grad so langsam Okay, schade Wir haben nix gewonnen Aber das waren mal wieder Ein paar Online-Jackpot-Runden, oder? Ich würd mal sagen Es hat sich gelohnt Drei Wins Kurz nacheinander vor einem Ding Und ich würde Das waren doch mal Vor glorreiche Runden Hab sogar ein paar Items Von Zuschauern abgeschnackt Sorry dafür Sorry dafür Danke dafür Ich weiß, was soll ich sagen Sorry, sorry oder danke Ist in dein Clash Royale Platz Nein, in meinem Clash Royale Club Ist kein Platz Ist alles voll Schon seit Monaten Da ist die 450 Kek Oh Ich finde das ist das schönste Item Ever Ohne Scheiß Es ist von einem Zuschauer Und ich muss sagen Die ist schöner als die anderen Die ist echt schöner als die anderen Die glänzt Die glänzt besser Von daher Ich hoffe, euch haben diese Online-Jackpot-Folgen gefallen Beziehungsweise Runden Haben euch gefallen Hinterlasst einen Daumen hoch Wenn ihr mehr Jackpots sehen wollt Vor allen Dingen Und vor allen Dingen Mehr Case-Clicker Lasst es mich wissen mit einem Daumen hoch Klickt hier oben rechts auf das i Dort findet ihr weitere Videos Und gebt mehr Flosse Flop